So, herzlich willkommen zu einem neuen Dirt Rallye 2 Event. So, wollen wir mal gucken. Das ist jetzt Finnland mit dem Golf Kit Car. Finnland tue ich mir wahrscheinlich gar keinen gefallen, aber wir schauen mal wie es läuft. Echt mal eine längere Stage hier. Bin gemischt. Ja, das überspringen wir. So, ähm, die Reifen. Ja, das ist natürlich die Frage, weil der Stage Länge könnte vielleicht tatsächlich ein Mittel tatsächlich mal von Vorteil sein. Weil... Ja, guck mal, der wiegt 20 Kilo, dieser scheiß Reifen, ey. Das ist doch scheiße. Aber wenn der Reifen kaputt ist, ist es halt auch scheiße. So, ich habe die Grafik noch mal ein bisschen geändert. Jetzt die Zuschauerqualität auf Außen und dafür die Spiegelung und Dinge ins Hoch. Mal gucken, ob das jetzt, äh, was bringt. Oder ob dann wieder alles einbricht. Machen wir mal so. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Wir müssen das testen. Ich hätte auch ein Setup, äh, ein YouTube-Video angeguckt, aber bin da genauso schlau wie vorher. Nämlich überhaupt nicht. Äh, die hätte irgendwie empfohlen. Wie war das noch? Äh, jejei. Das ist halt auch von der Dingens natürlich abhängig. Oh ja, und bei dem Spanien war hier aufgefallen, dass ich nicht die Bodenfreiheit hier geändert hatte, sondern versehentlich den Stabilisator. Das kann natürlich auch ein Grund sein, warum ich da Probleme hatte. Aber diese Standard-Setups sollen eigentlich auch gar nicht so schlecht sein. Da meinte sogar jemand, dass er mit sogar in den Top, äh, äh, ja, in den Top-Zeiten reinkam. Naja, gut. Wir probieren es mal. Testfahrt. Muss ja eh wegen der Performance auch mal gucken. So. Dann muss ich mal das Auto wieder von innen angucken. Ja. Sieht ja ganz gut aus. Hast du das denn diesmal richtig? Du meinst ja? Ja? Diesmal ja? Diesmal ist alles korrekt? Also, diese 100, die ich da sehe, ist, glaube ich, falsch. Ne? Jetzt waren, glaube ich, nur 80. Ja. 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 Das, 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 das war anders. Das war anders. Was? Na, ich trau dir nicht, du. Ich trau dir überhaupt nicht über den Weg. So, ja. Ja. Larity wird sich natürlich wünschen, dass ich nie diese Ansicht fahre. Das weiß ich. Oh, keine Zuschauer bringt da voll die FPS hier. Ist ja nice. Ja, Larity wird sich natürlich wünschen, dass ich nie diese Ansicht fahre. Aber, hm, ja. Ja. Ich weiß nicht. Ja, hier kann man die Straße küssen. So dann schmeckt gut. So. Ja, ich werde es aber wahrscheinlich auf dieser wieder machen. So. Gut. Dann wollen wir mal Testfot machen. Irgendwie bin ich hier auch nicht so hundertprozentig gerade, habe ich das Gefühl. Wir machen das mal. Mh. 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 Könnte es besser passen? Ah, ich glaube das ist ein bisschen besser, ja. So. Ausrichten. Alles scharf und gut. Ich denke, jetzt sind wir ready to go. So. Durchsänke. Und voll rechts über Kuppe. 80. 4 links über Kuppe und Sprung. 200. Oh Gott. Finnland ey. Oh, jetzt ist es gut. 60. Perfekt. 50. 6 links nach zu 5 lang über Kuppe. 50. 6 rechts über Kuppe lang. Ja. Finnland, ich hab dich lieb. Wir gehen mal lieber zum Servicebereich zurück. Ich hab dich auch lieb Finnland. Es ist... So. Gut. Aber wir müssen... Ja, das Fahrzeug muss ja jetzt super regieren, ja. Ah. So, dann können wir mal... Ja, ich will das nochmal... Ein bisschen anpassen, glaube ich. Äh. Ich weiß auch nicht. Mal so. Ah, ich bin unschlüssig. Wir machen nochmal eine Testfahrt hier. 5. 100. Durchsenke. Und voll rechts über Kuppe. 80. 4 links über Kuppe und Sprung. 200. Rechts halten. Über großen Sprung. 60. Mittig halten über Kuppe lang. 50. 50. 6 links. Mach zu. 5 lang. Über Kuppe. Ja, der sagt auch mach zu, ne. Sagt sie ja schon. 50. Ich hab ja gesagt, ich trau mir nicht, aber vielleicht sollte man ja ab und zu doch mal trauen. Sehr lang. 50. links halten übersprung. 80 senke. owning sch чуть. Besichtig aussów, że pana je SUBSCRIBE. SEX rechts lang. Über Kuppe. holy shit! bis stop. Good punct Хступ Award. wiii! ii. Aiaiai. Gut, dann werde ich das nochmal anpassen Ich glaube, wir können da doch ein bisschen mehr reinhauen Der bremst nicht Mal gucken 5, 100, durchsenke und voll rechts über Kuppe, 80, 4 links über Kuppe und Sprung, 200 Ja, das bremst besser Für rechts halten, über großen Sprung, 60, mittig halten, über Kuppe lang, 50, 6 links, macht zu 5, lang, über Kuppe Das bremst besser, jo In 6 links lang, 50, Kuppe, und rechts halten, über Kuppe, in 5 rechts, sehr lang, 50, links halten, übersprung, links halten, übersprung, ja Verrückt Diese Sprünge, ey Gut, äh, dann machen wir hier das und das Das Setup ist in Ordnung So Dann Start Wann gibt's hier eigentlich, äh Äh Service Station Service Station, okay Bei 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 der dritten erst, ach du scheiße Ja, dann ist der Mittelreifen aber wirklich sinnvoll, nämlich 21 Kilometer Das ist wahrscheinlich dann wirklich sinnvoll, dass wir den mittleren nehmen Und volle Abnutzung Abnutzung des Bodenbelags Hm Es ist damit gemeint Ich hab keine Ahnung Na, dann machen wir's mal Dann machen wir's mal Versuchen wir um unser Pech Start 100 Durchsenke Und voll rechts über Kuppe 80 4 links über Kuppe Und Sprung Viel Glück 5 4 3 2 1 Los 100 Durchsenke Und voll rechts über Kuppe Ja, ist ein 80 jetzt siehste Hab ich doch gleich gesagt, dass es falsch war mit deiner Wundert Hehehe Hehehe Rechts halten Über großen Sprung Wolltest mir nicht glauben 50 Halt Über Kuppe 50 6 links Mach zu 5 Lang Über Kuppe Du hast zu gesagt So In 6 links Lang 50 Kuppe Und rechts halten Über Kuppe In 5 rechts Sehr lang In 6 links In 6 links Über Sprung 80 Senke Den wollen wir nicht fahren Und links halten Über großen Sprung 80 6 rechts Nicht so aggressiv fahren hier 60 Langsam Senke In links halten Über Kuppe 50 ab 2 2 rechts Macht auf 50 6 rechts lang Macht auf 6 links extra lang in rechts halten zu 80 mit mittig halten übersprungen 50 6 links über Kuppe 80 6 rechts macht zu über Kuppe In mittig halten über Kuppe 80 Senke und mittig halten über großen Sprung in sofort 5 links macht zu 4 ja wenn ich da jetzt mit Vollgas rüber gefahren wäre, holi moli mir macht auch wieder was zu 50 voll rechts 60 Achtung 6 rechts macht zu 3 macht auf über Kuppe 50 weiter das war glaube ich gemein genau das kannte ich nämlich noch von dort die 1 diese Ecke 3 rechts macht auf 6 über Kuppe 80 voll links rechts halten für 50 3 links macht zu 3 die zu macht uiuiui mittel halten über Kuppe in 5 rechts macht zu über Kuppe Sprung 80 voll rechts über Kuppe Sprung lang 50 Kuppe Uiuiui das war zu weit rechts 100 voll rechts über Kuppe 80 über großen Sprung langsam 3 rechts ab 2 macht auf 6 extra extra lang über Kuppe 150 über Wellen in mittig halten übersprung 50 5 links früh über Kuppe 60 oiuiuiui rechts rechts über Kuppe extra lang 200 über Wellen über Sprung 100 voll rechts über Kuppe und senke 6 links über Kuppe lang macht auf über Kuppe 100 voll rechts über Kuppe auf über Kuppe in mittig halten über Sprung in mittig halten über Kuppe und voll links 50 mittig halten über Sprung 120 voll rechts in mittig halten über Sprung in mittig halten über Groß Sprung und 6 links lang voll raus 50 mittig halten über Sprung in mittig halten über Groß Sprung und 50 vorsicht 5 links über Kuppe macht zu 4 lang 50 Kuppe und 4 links sehr lang macht auf über Kuppe und 4 rechts über Kuppe macht auf 6 uiuiuiui uiuiui uiui ja 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 und 6 links lang macht auf über Sprung 150 langsam mit dem alten übersprung uiuiuiui uiuiuiui das ist crazy uiuiuiui 4 links macht auf 6 extra lang 40 rechts halten übersprung maybe und 3 rechts über Kuppe macht auf und Kuppe und 6 links über Kuppe sprung in 6 rechts lang über Kuppe 30 6 links früh lang über Kuppe macht auf über Kuppe 50 voll rechts durchsegnet in voll links über Kuppe sprung 80 mittig halten übersprung in 6 rechts lang macht auf mittig halten über Kuppe und 5 links in rechts halten über Kuppe in sofort 3 links und auf 6 extra extra lang über Kuppe 50 ein dezenter Sprung in 6 rechts 5 rechts lang 6 links über Kuppe 50 6 rechts über Kuppe 16 über Kuppe rechts halten über Kuppe und 6 links in 6 rechts in 6 links über Kuppe 50 mittig halten übersprungen in 6 rechts extra lang über Bälle wo ist die 3? da was küsst du dahinter? gut, dass ich gebremst habe oh no weiter, bitte wir haben es doch fest geschafft, Auto 5 links lang, 8 auf, über Kuppe, 30, sofort 4 rechts, macht zu 3, macht auf, 40, 4 rechts, 80, voll links, über Kuppe, 50, 4 rechts, macht zu, durchsenke, 150, über Ziel, 6 links, über Kuppe, bis 10 eine Minute zwölf und zum ersten, das muss man sich halt echt mal vorstellen fragt man sich wirklich, wo holen die das raus krass ist das einmal gucken, wo ich gelandet bin, mal gucken na, das ist doch gar nicht so schlecht, ne kann man auch machen obwohl ich da diesen Mist da zum Schluss noch gemacht habe einmal doch nochmal hier rein vielleicht bringt das was weil irgendwie ihr seht es, 118,7 und nicht ständig nicht ständig 120, das stört mich mal gucken, wie es jetzt ist weil hier seht ihr FPS, ne, Average 118,7 gefällt mir nicht das habe ich gemerkt beim Fahren, beim vor ihr Headset merkst du sowas sofort und das ist unangenehm so, mal gucken, ob es jetzt smoother ist ok, ok, ok start, 20, voll rechts, über Kuppe, 130, Abzweig verdeckt, 4 links lang, viel Glück 5, 4, 3, 2, 1, los, 20, voll rechts, über Kuppe, 130, Gabel verdeckt, 4 links lang, in 6 rechts, über Kuppe, 100, Kuppe, und 3 links lang, 50, ja, ich muss sagen, die Helligkeit gefällt mir hier echt besser in 6 rechts, 50 bessere Tageszeit hier, definitiv 6 links, Übersprung, 60, 3 rechts, macht zu, über Kuppe, 100, Gabel, 3 rechts, innen halten, über Kuppe, macht auf, 80, 50, 6 rechts, über Kuppe, 50, Achtung, 6 links, über kleinen Sprung, in mittigkeit, über große Sprung, 60, voll rechts, über Kuppe, extra, in Kuppe, 3 links lang, macht auf, 6 lang, über Kuppe, in voll mittig, über Kuppe, und Sprung, und 5 rechts, über Kuppe, aber ich habe keine Ahnung, was Greenspace jetzt überhaupt verschlechtert hat für mich sieht das genau so aus wie vorher gut, ich habe die Zuschauer jetzt anders ausgemacht, aber das ist wahrscheinlich jetzt gar nicht sinnvoll denn ihr könnt ja übermangeln, leider Gottes das kann ich andere grafiks aufdrehen ist mir persönlich wichtiger als olle zuschauer ich weiß nicht was dahinter ist vollgas fahren kann aber ich wusste es nicht jetzt mal ein bisschen mehr wieder auf die truller hören statt so viel zu quasseln über sprung und vier links macht zu drei wir lassen stein in ruhe das macht aber das macht immer mehr zu als mir liebt war so aber das wetter wieder schlechter da oben habe ich das gefühl nach oben gucke sieht das wetter nicht so gut aus ich komme jetzt hier nicht noch mit regen das wäre furchtbar voll sagt er oder sie es ist ja eine sie hier nicht gut das hat zeit gekostet und meine reifen beschädigt also verschleiß technisch so viel zeit gekostet ne den graben lassen 30 sprung voll 100 boah was für alter da war ein ruckler der war nicht schön an der stelle wirklich nicht der war echt scheiße der war gar nicht gut der ruckler der war nicht schön warum war da jetzt einer der hat mir nicht gefallen der war echt mies das hat wehgetan der ruckler das hat wehgetan der ruckler oh 250 ist ja richtig gut das hätte besser sein können wenn der scheißruckler nicht gewesen wäre ne dann hätte ich den fehler nicht gemacht den müsste man auch eine aufnahme drin haben den ruckler und der war nicht angenehm ich fand den scheiße der war echt scheiße bitte unterlassen pc bitte was nochmal die strecke haben wir gerade eben schon gehabt oder nicht oder bin ich jetzt bescheuert ist doch genau die gleiche strecke von eben oder ach ne ist das land die strecke steht ja unten links ah ohne nachtfahrt ach ne wir haben jetzt ach ne wir haben hier schon eine servicestation ach so ne das ist ja schon mal gut ich dachte wir müssen noch eine dritte stage fahren ne dann habe ich das falsche gelesen ok ähm empfohlen repartoren 16er ja aber wir haben gar nichts wir haben gar nichts kaputt gemacht hier das ist ja das ist ja gierig so ähm Reifen machen wir mal einen neuen ja ne das kommt jetzt drauf an was haben wir jetzt als nächstes hier darauf kommt es ja an ähm event details soll ich mal hin so genau zwei stages gefahren eher logisch dass er auf die servicestation genau zwei stages da ist wieder service also so ist das zu verstehen dann haben wir jetzt äh eine länge von 7,5,5 und eine 8,10er ja dann können wir einen weichen Reifen fahren definitiv weil das wird das service da können wir weich fahren das schafft er ja und das wird das service das kriegen wir hin ach ne wir müssen ja die auch noch fahren 8,15, 23 Kilometer ja weiß ich nicht das ist ne gute Frage ne was haben wir nie runter gespult 21, 8, 15 na gut das wäre noch länger ne ja ja Dämmerung das sah aus wie Nacht eh gut äh wir lassen es mal aber wir müssen natürlich einen neuen drauf ziehen und dann Oberflächenabnutzung hm ich schätze mal darauf wo ist die Reifenabnutzung bezogen also wahrscheinlich könnte man da doch einen weichen fahren hm tja wenn ich das wüsste kann man das nicht noch sehen wie abgenutzt der war? ja der war so gut aber was was es denn Maximum verbraucht äh äh ah hier steht es ja auch ja naja das ist halt die Frage wie viele Kilometer man damit halt abspulen kann das ist halt echt die Frage das ist halt echt die Frage so was ist denn hier voll abgenutzt hier das ich diese Anzeige verstehe ich nicht ganz oder hat das was damit zu tun wenn das weiße ganz weg ist ist er verbraucht kann ich mir auch nicht vorstellen diese Anzeige verstehe ich nicht so hundertprozentig das würde ich ganz gerne mal besser verstehen wollen na gut wir wollen mal weiter fahren aber das ist ja diese Anzeige würde ich ganz gerne mal etwas besser verstehen nein vor links 80 Kuppe voll in 6 rechts lang macht zu 5 über Kuppe viel Glück vielen Dank vielen Dank oh was ist denn hier los was ist denn der FPS ruhig hier los in der Nacht ey das ist nicht gut dann muss ich eben kurz mal gucken dass ich das mal ein bisschen das ist nicht gut das ist gar nicht gut äh warum ist das so eklig hier in der Nacht reicht das aus wäre eher noch schlechter hier jetzt nicht nimmts wollen ne das bringt's ok das hat's gebracht na gut schade dass ich es nicht aufs Ehr hoch machen kann aber ja 2080 TI und VR ist nicht genug hm das bricht immer noch ein bisschen ein ne GEMEINHEIT ich lebe damit wir fahren an 5 4 3 2 1 los wir fangen an voll links 80 Kuppe voll oh krass oh bricht echt ein hier ist das schön mach zu 5 über Kuppe 60 Achtung 6 links Aufnahmen natürlich nicht aber du merkst halt jeder krankste FBS Therion merke ich halt hier im Herzen das ist halt wie Kuppe voll Sprung in 4 rechts über Kuppe macht aus 6 sehr lang über Kuppe voll Sprung 50 voll links übersprung bereich ist das voll gas gehen oder was ja ist klar der geht total voll gas habe ich gleich gemerkt 100 über Wellen na gut mit besserem Winkel wäre es wahrscheinlich wirklich gegangen Kuppe und 6 links lang über Kuppe und senke aber es ist echt mit Vorsicht zu genießen 8 zu 5 links übersprung 100 über Kuppe voll rechts über Kuppe sprung in 8 50 4 links über Kuppe 80 voll rechts übersprung 150 5 rechts übersprung 100 100 sprung voll in 6 links extra extra lang macht zu übersprünge 50 hier macht es wohl zu sagt sie ja ein bissl macht es hier zu ja 5 rechts über Kuppe 6 extra extra lang über Kuppe in 5 in rechts halten übersprung und voll links übersprung in mittig halten über Kuppe in 5 rechts macht zu 3 bei Kreuzung macht auf über Kuppe 60 6 links macht zu 3 über Kuppe macht auf 50 5 rechts macht zu 4 über Kuppe macht auf 6 rechts lang über Kuppe 6 links lang bei Kreuzung macht auf 50 mittig halten über großen sprung 30 6 links lang macht auf über Kuppe und Sprung 60 große Sprung 200 6 rechts macht zu 4 innen halten macht auf 30 voll rechts übersprungen 80 5 rechts übersprungen 50 5 links macht auf 6 über Kuppe voll rechts über Kuppe 50 Sprung voll bis Sprung 50 von links übersprungen macht auf lang über Kuppe und Achtung Kuppe 4 links durchsenke 70 6 rechts über Kuppe 100 5 rechts über Kuppe Sprung und voll links über Kuppe pittig halten übersprung in 6 links und 6 rechts lang macht auf übersprung in 4 links über Kuppe 50 ich krieg's ja mit lang zu tun hier 4 rechts über Kuppe in 6 links lang macht zu 4 über Kuppe 50 5 rechts macht zu über Kuppe 200 5 links 50 6 rechts 40 6 links übersprung 50 über Ziel bis Stopp aufregend Na komm Boah lief aber gut meine Güte man kriegt's mit lang zu tun hier holy moly Boah es wird immer besser ist ja nice ich glaub 214 ist echt gut da kannst echt nichts gegen sagen Gut, ohne Umschweife weiter hier. 100, durchsenke und voll rechts über Kuppe. 80, 4 links über Kuppe und Sprung. Viel Glück. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, los. 100, durchsenke und voll rechts über Kuppe. 80, 4 links über Kuppe und Sprung. 200. Rechts halten, über großen Sprung. 60, mittig halten, über Kuppe lang. 50, 6 links, nach zu 5, lang, über Kuppe. 50, 6 rechts, über Kuppe lang. In 6 links, nach 50, Kuppe und rechts halten, über Kuppe. In 5 rechts, sehr lang. 50, links halten, über Sprung. 80, Sente. Und links halten, über großen Sprung. 80, 6 rechts, lang, über Kuppe. 60, langsam senke, in links halten, über Kuppe. 50, abzweig, 2 rechts, macht auf. 50. Ach, ich will da immer links rumfahren. Wollte ich bei der ersten Etappe schon. 6 links, extra lang, in rechts halten, über 80. Entweder ich höre nicht richtig zu oder... I don't know. Mittig halten, über Sprung. 50, 6 links, über Kuppe. 80. 6 rechts, macht zu, über Kuppe. In mittig halten, über Kuppe. 80. Senke. Und mittig halten, über großen Sprung. Oh. Oh. 5 links, macht zu, 4. Oh ja. Macht auf, über Kuppe. 40, 6 rechts, übersprung, lang. Das ist der Vortrag. Muss man auch dann wirklich... 5 links, früh, über Kuppe, don't cut. 60. Wirklich. 6 rechts, lang, macht zu, über Kuppe. 200. Zu Herzen nehmen, wenn die das sagt. Das stimmt dann halt auch. 6 rechts, lang, über Kuppe. In 6 links, über Welle, Kuppe. 50, mittig halten, über großen Sprung. 80. 50, 5 links, über Kuppe, macht zu, durchsenke. 50, voll rechts, 60. Achtung, 6 rechts, macht zu, 3. Macht auf, über Kuppe. 50. Rechts halten, 5 links, über große Kuppe, Sprung. 40, 5 links, über Kuppe, Sprung. 50. Das ist halt schon schade, weil wir hatten die Echappe schon. Das ist ja jetzt wieder limitierte Streckenanzahl. Macht auf, 6. Über Kuppe, 80. Vor links, rechts halten, für 50. 3 links, Anzug. Und das obwohl die Etappen ja eh schon kurz sind. Und dann noch nicht mal genug Strecken, dass es sich wiederholt. Das ist halt schade. Das ist halt schade. Voll rechts, über Kuppe, Sprung, lang. 50, Kuppe und 5 links, extra, extra lang. Macht auf, über Kuppe, 100. Ach, verdammt, ist aber wieder die Lenkradanzeige vergessen einzubauen. Mist. Über große Sprung, langsam, 80, 3, rechts, ab, 2. Macht auf, 6. Oh, das hat sich nicht gesund angehört, auf der Federung. 150, über Wellen, in Wittig halten, übersprung, 50. 5 links, früh, über Kuppe. Ja, da ist so irgendwas hinter. Ja, gut, dass ich da gebremst hab. Das hat sie nämlich angesagt. Ja, die Beifahreransagen sind so wichtig. Gerade hier auf Finnland. Das ist halt echt. Nicht zu unterschätzen, wie wichtig das ist. Gleich geblieben. Und weiter. Ochsana. Jetzt werden die Ochsen hervorgeholt, oder wie? 6 rechts, über Kuppe. Ja, jetzt müssen wir nämlich noch eine dritte Stage schaffen. Genau. 5, 4, 3, 2, 1, los. Oh, das ist ja ne scheiß Beleuchtung hier. In 6 links, macht zu 5, 60. Nicht schön, bitte mehr Sonne. 200, 4 links, macht zu, über Kuppe. Über Kuppe, oh, was ist denn das für ne Lichtverhältnisse hier? Uiuiui, kein Fan. Aber Bremse gut getroffen von der Einstellung her. Gefällt mir genau richtig. Das schmeckt mir. Ja, das war jetzt nicht so toll. Bloß keinen Baum mitnehmen. Und 6 rechts, macht auf. Mitgehalten, über großen Sprung. In voll rechts. In 6 links, sehr lang. Wemiger Quatschen, mehr konzentrieren, bitte. Über Kuppe, 150. 5 links, früh, über Kuppe. 30. 4 rechts, durchsenke. Macht auf 6, extra lang, über Kuppe. In Mittighalten, übersprungen. 50, Sprung. Und Mittighalten, übersprungen. In 6 links, macht zu, über Kuppe lang. Und 5 rechts, macht zu, lang. 50. 5 links, über Kuppe, 2 mal. 100. Links halten, über Kuppe. In 4 links, macht auf, über Kuppe. 200, über Wellen, in Rechtshalten, übersprungen. In 6 rechts, lang. Macht zu, 5. 6 verlangt, über Kuppe, Kreuzung. Das war zu viel Gewalt. Uiuiuiui. Na, jetzt kommt doch Fehler, wa? Shit. Mittighalten, über großen Sprung. Sprünge nicht zu brutal fahren, hier. Hat er sich weggedreht, dadurch. 5 links, sehr lang. Über Kuppe, macht auf und macht zu. Über Kuppe, 8. Er hat sich halt weggedreht gehabt, davon. Die Auflandung hat er nicht ausgehalten. Links halten, über Kuppe, 3, macht auf 6, lang. In Mittighalten, über Kuppe. In 6 rechts, übersprungen. In 6 links, lang, übersprünge. Oh, toi, 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 kein Baum mitgenommen. Das ist das Wichtigste daran. 50, über Kuppe, 70. Kuppe, in 5 rechts. Also alles gut. Und auf 6, extra, extra lang, über Kuppe. Nix passiert. 6 links, übersprungen. 50, Achtung, 4 links, über Kuppe. Ja, der Graben. 5 links, früh, über große Kuppe. Gräben sind gefährlich, da könnte der Reifen natürlich wieder drauf gehen von. Und darauf habe ich keinen Bock. Und 6 links, sehr lang. Nicht nochmal. Hat mir bei Spanien schon gereicht. 6 rechts, über Kuppe. Macht auf, lang, übersprungen, maybe. Oh, gut, dass ich gebremst habe. Der Winkel hat ja gar nicht gepasst. Und 6 links, sehr lang, über Kuppe. Macht zu, 4, über Kuppe. 100. 4 rechts, über Kuppe, macht auf. 200, über Wellen, Achtung, 5 links, früh, über Kuppe. 150, über Wellen, 6 rechts, lang, über Ziel. 80, bis Stopp. Den hätte ich jetzt offiziell übergefahren. Was? Oh, wenn die Fehler nicht gewesen wären, wäre ich aber ordentlich nach vorne gekommen. Mist. Nein, das ist ja ein Ding. Hätte ich das gewusst. Na gut, die Fehler macht man ja nicht mit Absicht, aber trotzdem. Oh, hätte ich ja weiter vorne sein können. Scheiße. Das ist natürlich ärgerlich, dass mir die Fehler unterlaufen sind. Na, ich wollte zu viel in den Sprüngen. Das ist leider das Problem gewesen. Gut. Dann reparieren wir. Oha. Das klappt ja wunderbar. Was ist überhaupt beschädigt? Lass uns das mal angucken. Getriebe, Karosserie. Ansonsten nix. Na, sonst echt gar nix. Ey, das war nice. Ja, weil ich nicht gegengeknallt bin. Wir haben nur weggerutscht. Das war mein Glück. Das war halt wirklich mein Glück. Ja, jetzt kommt natürlich... Was kommt als nächstes dran? Da müssen wir immer gucken, wie werden die Details... Ach Mensch, falsche Taste hier. So. Was haben wir denn jetzt als nächstes? So, wir haben jetzt diese Strecke hier. Acht Kilometer. Oh, da muss er aber lange durchhalten. Acht. Fünfzehn. Na, wieder 23. Ja, gut. Bleiben wir beim Mittleren. Der Mittlere ist gut. Mit dem komme ich ja zurecht. Das passt schon. Gut. Dann... Dann wollen wir mal. Habe ich überhaupt jetzt den Reifen... ...aufgewechselt? Oh, scheiße. Habe ich den Reifen jetzt gewechselt oder nicht? Oh. Das weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich ihn jetzt überhaupt gewechselt? Oh mein Gott, na... Ich glaube, ich habe den Reifen nicht gewechselt, ne? Habe ich gar nicht dran ge... Habe ich nur nachgeguckt, welche Dings überhaupt nicht umgestellt, ne? Oh. Oh mein Gott. Fünf... Das wäre natürlich Mist, wenn ich das verkackt habe. Oh man, ich fürchte das fast. Das wäre natürlich ganz bitter. Na, so wie der Grubb... Na gut, der Schotter ist aber auch schlecht hier. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich habe den... Ich glaube, ich habe den nicht ausgewechselt, ey. Na, das ist ja dumm. Das ist natürlich dumm gelaufen. Wickel 6 rechts. 60. Mit die Falten über großen Sprung. Und langsam. Kuppe. 30. 1 rechts. Oh ja. Langsam war... Guter Tipp. Macht auf. Oh, der... Grip, ne? Furchtbar. Boah, habe ich jetzt echt den alten Reifen drauf oder was? Ey, das kann doch nicht sein. Na, ich glaube schon. Weil ich dann nur nachgeguckt habe. Guter Schotter ist jetzt auch anders, aber trotzdem. In Achtung. Fünf links. Über Kuppe. Macht auf. 100. Über Kuppe. Sechs links. Macht zu. Übersprung. Und sechs rechts. Übersprung. In sechs links. Übersprung. 100. Sechs rechts. Übersprung. 80. Fünf links. Über Kuppe. Und senke bis großen Sprung. 80. Vier rechts. Macht zu. Über Kuppe. Macht auf. Lang. 70. Fünf links. Macht zu. Drei. Über Kuppe lang. 80. Über Kuppe. In sechs rechts. 50. Gabel verdeckt. Sechs links. 60. Sechs rechts. Übersprünge. Und senke. Und voll rechts. Über große Kuppe. In sechs links. Und sechs rechts. Übersprung. In sechs links. Extra lang. Über Kuppe. Macht zu. Übersprung. Einhundert. Kuppe voll. Lang. 50. Fünf rechts. Macht zu. Über Kuppe lang. 80. Sechs rechts. Und sechs links. Extra, extra lang. Macht auf. Über Kuppe. Macht zu. Fünf. Über Kuppe. Fünfzig. Mittig halten. Über Kuppe. In vier rechts. Über Kuppe. Macht auf. Lang. Bis Kuppe voll. 80. Mittig halten. Über Kuppe. Bis Sprung. Und langsam. Sechs links. Extra lang. Macht zu. Gabel. Verdeckt. Vier. Und voll rechts lang. In sechs links lang. Achtung. Macht zu. Drei. In drei rechts. Über Kuppe. Macht auf. In mittig halten. Über Kuppe lang. In sechs links. 80. Rechts halten. Über große Sprung. Langsam 80. Drei links. Abzweig. Über Kuppe lang. Macht zu. Rechts. Nein. Umfährst du nicht mehr. Boah. Welch im Graben hänge. Scheiße. Macht auf. Sechs. Extra lang. In mittig halten. Über Kuppe lang. 40. Fünf rechts. Enge fünf links. In mittig halten. Über Kuppe. 80. Tja. Jetzt geht's abwärts mit dem guten Glöck hier. Der Baum war nicht gut. Der abgenutzte Reifen ist das kleinere Problem sein soll. Der Reifen ist, äh, der Baum, der hat wehgetan. Da kannst du von ausgehen. Oh mein Gott. Nessay. Trotz der Probleme noch ganz gut unterwegs, ne? Ist unglaublich. Wenn ich das bloß wüsste, was, ob ich den Reifen ausgetauscht habe. Ich glaube nicht. Das ärgert mich so. 150, überwählen. 150, überwählen. 150, überwählen. 150, überwählen. 6 links. Extralang. Über Kuppe sprung. Macht auf. Extralang. Und 6 rechts. Über Kuppe lang. Und voll mittig. Übersprung. 150. Mittig halten, über Kuppe und langsam 6 links lang. Macht zu 2, ab 2, verdeckt. 120, mittig halten, über große Sprung. 120. Na, der Schotter gefällt mir aber schon mal wieder besser. 4 rechts. Sehr lang. Macht zu, über Kuppe. Und voll links. Macht auf, übersprungen. 60, Achtung, mittig halten, übersprungen. Der vorige Schotter war ja wirklich schlimm. 30, 6 links, über Kuppe. In 3 rechts lag es 8 zu, 50. Also da lag es dann wirklich mehr am Belag als am Reifen. 6 rechts, 80. Na ja, leicht, leicht angeditscht, aber das sollte nicht viel ausgemacht haben. Und 6 rechts, über Kuppe lang, in 6 links, über Kuppe macht zu, in 5 rechts, durchs Enkel, sehr lang, und 5 rechts, innen halten, über Kuppe sprung. Und 6 links, und 6 rechts, übersprung. Scheiße, die Gärte hier. 50, Achtung, Kuppe sofort, 3 links, macht zu. Ist richtig fies hier. 80, voll links, und 6 rechts, durchs Enkel, macht zu, über Kuppe. Hier macht es so gesagt so. Voll rechts, über Kuppe, in voll links, 150, 5 links, über Kuppe sprung, 80, Gabel verdeckt, 5 rechts, innen halten, über Kuppe, 60, 6 links lang, macht auf, über Kuppe, 50, Kuppe und 4 rechts lang, durchs Enkel, macht auf, über Kuppe. In 6 rechts, über Kuppe, 50, mit ik halt, über Kuppe, und 6 links lang, in 6 rechts, über Kuppe sprung, in rechts halten, übersprung, 50, 50, 50, 10 lang, in 5 links, extra lang, langsam 30, Abzweig, verdenkt, 2 links. 50 voll rechts macht auf übersprung oh da kommt noch da rum verdammt was war jetzt hier mittig halten übersprung 100 voll rechts übersprung 30 6 links lang macht zu 5 übersprung 60 5 rechts lang über gruppe in 6 links übersprung macht zu und 5 rechts lang macht auf mittig halten über gruppe 100 6 rechts 8 zu 4 über gruppe sprung 80 6 links lang 150 über ziel bis stopp das war wieder besser das war gut das war wieder gut wir haben auch notwendig jetzt hat mich nicht gesteigern können war notwendig so kommt jetzt eine service station muss jetzt noch ein rennen weiß ich jetzt gar nicht ja noch ein rennen ok start 34 links lang in sechs rechts macht zu vier über gruppe viel glück ich bin gleich mal auf meinem reifen gespannt ob ich den jetzt gewechselt hatte oder nicht 4 3 2 1 los 30 4 links lang in sechs rechts macht zu vier über gruppe in sechs links über gruppe und fünf rechts lang links halten über gruppe sprung 80 links halten über gruppe sprung in der vr was ist das nicht so hell wie auf dem das ist das hier gerade echt mies in den bohlen hier ist scheiße aber überlebt in der vr was macht sie das in der vr was macht sie das in der vr was macht sie das das zu machen das zu machen 100 mittig halten über gruppe 6 rechts übersprungen zweimal macht auf extra extra lang über gruppe macht zu ich mache dir irgendwas zu übersprungen guppe und sprung und 6 links über gruppe 50 gabel 5 rechts 60 5 links lang über gruppe und sprung 60 5 rechts macht zu drei über gruppe macht auf 70 6 links übersprung 80 Achtung macht zu drei über gruppe 80 rechts halten über gruppe und sprung in 6 rechts über gruppe 100 6 links über gruppe sprung 150 6 rechts über gruppe 50 5 links übersprung macht auf in 6 rechts übersprung 80 Achtung 4 rechts über gruppe und sprung macht zu über gruppe in 6 links lang macht zu 4 durch senke 50 5 rechts früh über gruppe sprung 70 voll rechts über gruppe sprung 100 voll links in mittig halten über sprung 160 langsam mittig halten über gruppe 30 1 links abzeigen nachzug mittig halten über gruppe voll lang und deswegen das langsam ok ich hab's verstanden aber dass das so so ein hartes ding ist hatte ich nicht auf dem scherm hat sie sicherlich angesagt dass das so eine scharfe links ist aber nicht mitbekommen fatales problem darum hatte ich das langsam nicht ganz so ernst genommen wie ich hätte zu tun sollen 4 rechts lang über gruppe 40 abzeig bedenkt kehre links 80 guau 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 Ja, jetzt bitte eine Surve-Station und einen neuen Reifen, bitte. Denn ich... Mir schwarnt es, dass ich echt den alten Reifen drauf hatte. Ja, verbessert. Sehr schön. Trotz dieses blöde Problem. Na gut. Na gut, die anderen machen ja auch Fehler. Das ist mein Glück immer. Und man fragt sich natürlich, wo würde man stehen, wenn man selber keine Fehler machen würde. Das fragt man sich dann halt jedes Mal. So. Na, ich hatte den alten drauf, aber retten. Das ist echt nicht zu fassen, ey. Das ist so dämlich. Oh Gott, der hat es nötig. So, was war der... Ja, das war der Baum-Crash. Naja, das... Der Baum-Crash. Aber wirklich der. So, und die Reifen hatte ich natürlich den alten drauf gehabt, ja. Absolut hatte ich das. Oh mein, ist das dämlich. Das war natürlich echt... Oh mein Gott, ich bin mit dem verschlissenen Reifen gefahren. Ja... Ich sag da mal nix zu, ne. Das ist irgendwie... Und dann noch auf den groben Schotter, ey. Mit dem verschlissenen Ding. Das war natürlich ein Handicap, das man sich hätte nicht geben brauchen. Gut, das aber noch lange zum Schloss. 21, ja. Und dann machen wir jetzt wieder ein Mittel... Oh, das ist so... Das ist so dämlich, ne. Ich hab's halt echt nicht gewechselt, ey. Oh mein Gott, ist das dämlich. Ja, da... Diese Extra-Challenge ist, äh, ja. Aber so schlimm hat er sich gar nicht gefahren eigentlich, also. Ja, aber ich schätze mal... Bei der 90 Grad Kurve oder auch bei der einen Haarnadel. Da hätte ich wahrscheinlich dann... Von profitiert. Kalten Übersprung. 100. Wenn ich denn... Einen neuen Reifen gehabt hätte. Na ja gut. Dann drehen wir hier nochmal auf. Jetzt haben wir einen neuen. Das ist schon wieder mit dem FPS-Rett los, ey. Ist so unglaublich. Vollkommen nervig, ne. Ach, das... Meine Güte. Das gibt's doch nicht. Was kann man denn da nochmal machen? Man will das alles nicht runterdrehen, ne? Eigentlich nicht, ne. Ich lass es mal so. Vielleicht ist es nur der Anfang. Hoffen wir's mal. 5, 4, 3, 2, 1, los. In mittig halten Übersprung. 100, voll rechts, über Kuppe und senke. 6 links, über Kuppe leicht. Das wäre ich jetzt wieder gut. Okay. 100, voll rechts, über Kuppe, macht auf, über Kuppe. Mensch, da fehlt nur das kleine bisschen extra Power, ne? In mittig halten, über Kuppe und voll links. 50, mittig halten Übersprung. 120, voll rechts. Mit 30er Karte wird das wahrscheinlich auf Max alles schaffen. Kann ich... Oh, oh. 50, mittig halten Übersprung. Das Haus lebt auch gefährlich. Wenn da einer mutig ist, dann knallt er in den Haus rein. Da würde ich nicht wohnen wollen. Ja, im Graben rein ist nicht gut. Der Reifen wirkt jetzt aber schon doch etwas besser. Gerade weil wir jetzt wieder den harten Schotter haben. Und ich komme wesentlich besser durch. Naja. Ja gut, das ist ärgerlich. Da haben wir uns natürlich unnötig selber ausgebremst. Gerade bei diesem groben Schotter merke ich das jetzt extrem mit dem Reifen. Weil das ist wieder dieser ekelige Schotter. Und 3 rechts, über Kuppe, macht auf, und Kuppe. Und 6 links, über Kuppe Sprung. In 6 rechts lang, über Kuppe. 30, 6 links, früh, lang, über Kuppe, macht auf, über Kuppe, 50, voll rechts, durchsenken. Dass das da nicht regnet, bei den Wolken, wundert mich schon. Insurd nationalverhältnis, ich schimme das jetzt vor allem, die Schotter, die Schotter sind über Kuppe lang, 6 links, über Kuppe, rechts halten, 60, über Kuppe und 6 links, in 6 rechts, in 6 links, über Kuppe, 50, mittig halten, übersprungen, in 6 rechts, extra lang, über Wellen, macht zu, 3, in 6 links, über Kuppe, extra, extra lang, 50, mittig halten, übersprungen, und 6 rechts, 60, 6 links, über Kuppe, sprungen, 50, 3 links, über Kuppe, macht auf, rechts halten, für 80, 4 links, über Kuppe, lang, 80, voll rechts, über Kuppe, 80, 5 links, lang, macht auf, über Kuppe, 30, sofort, 4 rechts, macht zu, 3, macht auf, rechts, 50, 4 links, das kann bestimmt auch passieren, wenn er zu hart aufgenutzt ist, 4 rechts, macht zu, durchsenke, 150, über Ziel, 6 links, über Kuppe, bis Stopp. So, die hat sich auch ganz gut angefühlt. Oh ja, ja, doch, kann man machen. So, nochmal eine lange. Um 14 Uhr sollten gute Lichtverhältnisse sein. Start, 20, voll rechts, über Kuppe, 130, Abzweig verdeckt, 4 links, lang, viel Glück, 5, 4, 3, 2, 1, los, 20, voll rechts, über Kuppe, 130, Gabel verdeckt, 4 links, lang, in 6 rechts, über Kuppe, 100, Kuppe, und 3 links, lang, 50, 3 links, lang, macht auf, über Kuppe, in 6 rechts, 50, 6 links, über Sprung, 70, 3 rechts, macht zu, über Kuppe, 100, Gabel, 3 rechts, innen halten, über Kuppe, macht auf, 80, 6 rechts, über Kuppe, Sprung, 50, Achtung, 6 links, über kleinen Sprung, in Mitte, kalt, über großen Sprung, 60, voll rechts, über Kuppe, extra lang, in Kuppe, 3 links, lang, macht auf, 6 lang, über Kuppe, in voll mittig, über Kuppe und Sprung, und 5 rechts, über Kuppe, lang, bei Kreuzung, 6 links, über Kuppe, in 6 rechts, macht zu, und links halten, für 50, 6 rechts, über große Kuppe, in Gabel, 6 links, 80, 6 rechts, über Kuppe, in 4 links, lang, macht auf, über Kuppe, 50, Gabel, 5 rechts, extra lang, macht auf, 30, 3 rechts, macht zu, über Kuppe, und links halten, über Kuppe, voll rechts, über Kuppe, und 6 links, macht auf, über große Sprung, 60, voll rechts, über große Sprung, in 6 links, lang, macht auf, über Kuppe, in 5 rechts, über Kuppe, 50, 5 links, innen halten, 50, 5 links, innen halten, 50, Das ist nie passiert. 5 rechts, macht auf, übersprungen, bis Sprung, und 4 links, macht zu, 3, über Kuppe, macht auf, mittig, halten, übersprungen, 40, 5 rechts, extra lang, macht zu, 4, 30, 4 links, lang, macht auf, über große Sprung, 100, 6 rechts, macht zu, über Kuppe, eng, und Gabel, 4 links, spät, verlang, macht zu, über Kuppe, 30, 4 rechts, sehr lang, über Kuppe, macht auf, mittig halten, über Kuppe, 30, 6 rechts, lang, über Kuppe, 100, 100, mittig halten, übersprungen, 30, voll rechts, übersprungen, 60, 6 rechts, 2 aus, macht auf, 50, voll mittig, über großen Sprung, und Sprung voll, 100, voll links, bis Sprung, und rechts halten, über Kuppe, voll rechts, voll rechts, Volkssprung, bei solchen Sprungen, durch senke, und Kuppe, 150, 6 rechts, über Kuppe, lang, macht zu, über Sprung, 30, sprung voll, wo, wo, wo macht das jetzt, hier, voll mittig, über großen Sprung, voll rechts, voll rechts, machen wir, vollgas Alter, wo willst du denn hin, Auto? 120 Der wollte ja gar nicht rum Alter, was war denn das für eine Traktion auf einmal? Kuppe in 4 rechts, sehr lang, macht zu über Kuppe und voll links, macht auf, übersprungen 60, Achtung, mittig halten, übersprungen und 4 links über Kuppe 30 6 links über Kuppe in 3 rechts lang, macht zu 50 6 rechts 80 Kuppe macht plötzlich zu, verdeckt und 6 rechts über Kuppe lang in 6 links über Kuppe, macht zu in 5 rechts in 5 rechts durch senke, sehr lang und 5 rechts innen halten über Kuppe sprung und 6 links und 6 rechts übersprungen 50, Achtung, Kuppe sofort 3 links, macht zu 80 80 voll links aus rechts rechts durch senke, mach zu über Kuppe aber so stark bergab, muss man aufpassen damit man die Kurve auch kriegt, sonst der wollte da echt vorhin nur noch gerade raus und da eben, was auch schon gefährlich 5 links über Kuppe sprung 80 Gabel verdeckt 5 rechts innen halten über Kuppe 60 6 links lang macht auf über Kuppe 50 Kuppe und 4 rechts lang durch senke macht auf über Kuppe 50 mittig halten über Kuppe und 6 links lang in 6 rechts über Kuppe sprung in rechts halten übersprung 50 5 rechts sehr lang in 5 links extra lang langsam 30 abzeigen verdeckt 2 links 50 voll rechts macht auf übersprung 30 voll links über Kuppe lang 80 mittig halten übersprung 100 voll rechts übersprung 30 kann 6 links lang macht zu 5 übersprung 60 5 rechts lang über Kuppe in 6 links übersprung macht zu und 5 rechts lang macht auf mittig halten über Kuppe in mittig halten über Kuppe 100 6 rechts 8 zu 4 über Kuppe sprung 80 6 links lang 150 verzielt bis stopp 5 nicht ideal aber hinnehmbar was diese Stage betrifft das aber mit dem gesamten ergebnis bin ich doch recht zufrieden ja mehr als zufrieden also super ist ja perfekt ist ja bombastisch mensch ist ja genial dann haben wir das ich bedanke mich herzlich fürs zuschauen bis zum nächsten mal dort rallye 2.0 und einem neuen event bye bye